Was? Was passiert? Hi. Okay. Bist du ready? Ja, mach irgendwas. Ich drück aber jetzt die ganze Zeit drauf, oder? Mhm. Oh fuck, ich bin... Meine Maus ist verrutscht. Klar, komm. Dann, 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 dann. Ich hab meine Augen zu, sag irgendwann stopp. Alles klar, ich mach meine Augen zu. Stopp. Ja. Hat sich auch so viel geändert. Ich find's so gut. Ah, das ist... Und, bist du bereit? Ja. Ey, das ist neu. Ja, wollte ich gleich sagen, scheiß, jetzt sterben wir gleich. Ich hab's erst geladen. Oh, wie funktioniert das denn? Oh. Vor allem vergessen, wie die Map aussieht. Mein Lila sieht hier voll dunkel aus. Wow. Du bist nachs Loch gekommen? Ja. Du sag. Äh, du musst wissen, ich hab ein bisschen geübt. Nein. Nein, hab ich nicht. Ich hab vergessen, dass so ein Loch ist, als ich gestartet hab. Das war zu viel. Das war zu viel. Warum hast du vier Schläge dafür gebraucht? Ich hab einen richtig verkackt. Okay, warte. So. Shit, wie war das hier? Ich glaub. Ich weiß das nicht mehr. So. Nein. Nein, das war viel zu wenig. Ja, 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 ja. Yes. Ah. Nein, was? Nein, was? Ich auch. Bam. Ich war auf der Kante. Das ist voll mies. Was ist da los? Ah. Scheiß Game. Äh, ich hasse das Game. Oh. Oh my shit. It's a triple. It's a trap. Bulea. Ja, wir sind gut. Wir sind gut. Bei mir bist du gar nicht reingerollt. Du bist einfach in der Luft verschwunden. Lol. Oh nein. Dieses Loch. Ich hasse es. Scheiße. Das war zu wenig. Wir sind gleich schnell. Wir bleiben einfach wirklich safe gleich stehen. Oh nein. Nein. Ja, nein. Okay, komm. Der war schön. Ich hasse dieses Fack. Fix der Scheißloch. Mann. Ich kann gleich wieder rumragen hier. Nein, bitte nicht. Okay. Ich rage könnte danach nicht. Keine Angst. Ich habe vor kurzem bei Overwatch ein paar Folgen aufgenommen, wo ich dann die ganze Zeit ragee. Und dann gab es da sowas bei einer Map. Ha. Oh, ich bin zu fest, alter Scheiße. Zu fest. Gibt es diese Tafel, die du so umdrehen kannst, weißt du? Ne. Die kannst du so um die eigene... Ach, geil. Die kannst du so... Da schlägst du so um auf die obere Leiste und dann dreht sich die Eimer so, weißt du? Okay. Und halt, da habe ich dann so die ganze Zeit... Oh, super, ich schaffe den Sprung einfach nicht. Da habe ich die ganze Zeit mit einem Champion draufgehauen, die ganze Zeit und mit einem Helden halt. Die ganze Zeit. Damit sich das immer weiter dreht. Und irgendwann wurde ich rausgekickt wegen Inaktivität. Ich habe mich so aufgeregt über das Spiel. Du warst doch gar nicht inaktiv. Du warst doch gar nicht... Ja, eben. Ich war so, ich wollte da nur diese Scheiße trinken. Ja. Good job, Gabe. Nein. Oh, was ist das? Ja. Nein, das... Oh, Mann! Mach das auf. Verdammte Kacke. Pst, pst, pst. Ja, ja, ja. Wie viel hast du, wie viele Schneege? Acht. Scheiße. So, die ganze Zeit auf die Kante geknallt. Ja. Ich habe einfach dreimal hintereinander denselben Fehler gemacht. Doof kann man sein, ey. Aber warte, hier muss man, glaube ich, das linke Loch nehmen. Was ist denn das für eine Mab? So, die... Okay, so fest darf man nicht schlagen. Hey, Leute. Pst, 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 pst. Ne, das rechte Loch. Rechte, genau, das rechte. Du willst mich verarschen? Jetzt ehrlich, was? Das linke? Von dir aus das rechte. Hey, Leute, ich habe gedacht, es wäre das linke gewesen. Äh, das rechte. Lol. Das wusste ich jetzt, das ist so wild. Ne, macht ja nichts. Oh, warte, was, was hier? Seite und dann Vollspeed. Die linke Seite. Ja, das weiß ich noch. Vollspeed doch nicht, das ist viel zu viel. Hä, ich habe gedacht, du hättest mal gesagt Vollspeed. Echt? Ja. Oh, ich bin gerade rübergesprungen. Bin schon wieder rübergesprungen. Wiederhol. Ja. Äh, kacke. Oh, da kacke ich wirklich rein. Die Map kann ich nicht so gut. Hättest doch nicht Stopp sagen sollen. Du wolltest doch, dass ich Stopp sag. Ja. Ja. Du hättest dann vielleicht ein bisschen später Stopp sagen. Was kriege ich denn dafür? Ich hätte doch auch die Augen zu. Am Ende wäre dann wieder die gleiche Map gekommen. Ja, bestimmt. Ui. LOL. LOL. Direkt in die Mitte. So geht das. Boop. Boop. Schön, die Soundeffekte noch mehr treiben. Ja. Oh, nice. Wie war das denn? Oh, genau, hier Vollspeed. Ach, scheiße. Echt Vollspeed? Oh, ich teste mal. An der Seite. Oh, das ist ne, das ist ne. Ja, genau. Genau. War nicht ganz an der Seite. Ich glaube, hier war es auch mit Vollspeed. Bin mir aber nicht sicher. Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Aber versuch so gerade wie möglich. So gerade wie möglich hier aufs Ziel, weil dann gehst du ins Ziel rein. Läuft. Läuft. Das war, das war ein Safer-Safe-Call, Alter. Oh, nein. Den Mist verstehe ich ja einfach mal wirklich nicht. Ah, Fug. Geh mal bei den Weg, den wir weg. Nein. Ah, hätte ich noch ein bisschen. Oh. Komm schon. Oh, nö. Weißt du noch, letztes Mal, als ich da die ganze Zeit runtergefallen bin? Oh, oh, oh. Und? Geht der ins Loch? Oh, was ist das denn? Achtung, jetzt kommt der Tiger-Woods-Shot. Nein. Nein. Millimeter. Du verdammtes. Oh, laber, kein. Zack, sagst du. Was? Oh. Oh. Alter. Das ist doch behindert, Mann. Fall Hunger. Oh, ja. Oh, ja. Das liebe ich. Hui. Ein bisschen zu doll. Warum bin ich so schnell? Lol. Puh. Lol. Hä, ich bin zu weit geflogen. Ich war zu schnell. Ich bin einfach über dieses Ding hinaus geflogen und ich bleib gerade... Ich bleib hängen. Lol. Was ist denn da los? Was ist denn das wie Kack? Hast du gesehen? Ja, mach ein bisschen mehr Gefühl da rein. Ich mach gerade richtig wenig Speeds. Alter, what? Ich bin hier leckt, aber richtig hart. Lol, ich bin so schnell. Lol. Aber jetzt geht's. Warum bin ich nicht mal wieder runtergefallen? Bist du beim Ziel? Ja. Lol. Okay, warte, wo ist das Ziel? Mhm, okay. Okay. Okay, voll, der geht rein. Äh, mein ich. Nee, so. Doch, kein Ziel. Weil ich dachte, ich da wäre keine Brücke, sondern nur so ein... wo du rüber springen musst, weißt du? Ach so. Deswegen dachte ich mir so, warum macht der denn so langsam? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, zu wenig Speed. Die fucking Kante. Hui. Ich bin an der Kante abgeprallt. Lol. Ja, ja, heute noch. Heute noch, Bällchen. Ich kann das doch nicht. Hohenkrebs. Nein. Was? Ja. Okay. Das ist jetzt nicht zu viel. Ja, Kira ist bereit zum Patten. Oh, das ist ärgerlich. Ach, das ist doch hasche. Tiger Woods, Alter. Schon. Mann! Bade. Nippa hat übrigens gestern gespielt gegen Envius. Ich hab's gesehen. Echt? Hm. Die spielen heute auch gegen Face. Hm, das weiß ich. Ich hab gewettet, dass sie gewinnen. Du musst hier lang mit Vollspeed. Nein! Shit, das Türchen war nicht offen. Ich hab gewettet, dass sie gewinnen. Ich hab mir so eine App runtergeladen irgendwie. Dann kriegst du dann so Coins. Und 5 Coins. Also Starter-Dinge sind 5 Coins. Und die hab ich halt für NIP ausgegeben. Okay. Ja. Nope. Das war definitiv zu viel. Der Coin, der geht jetzt rein. Und, und. Oh, Mann. Mano. Zu wenig. Ja, ja. Na nein. Zu wenig. Diese scheiß Kante, ey. Ja, ja. Ich seh's. Das ist doch behindert. Mann. Diese Musik macht einmal wieder alles besser. Ja. Ah. Was ist das so ein bisschen du? Haha. Nein, ich bin dein Mann. Was? Was soll das? Ja. Ich hasse diese Kacke hier. Ich riefe mich so auf. Ach nicht. Out of strokes am Arsch. Oh, warte. Ja, das kann ich. Das doch kann ich. Bist du sicher? Hab ich gesehen. Und schaust auf die Nase. Warte, das ist doch. Aber die ist nicht abgefallen. Huch! War ein bisschen zu viel. Pui! Maaan! Kuckklippe! Maaan, mach doch deine Lippe hoch, ey! Mann! Ist okay, mit dir nicht konzentrieren! So kann ich nicht abba- Ja gut, schluck's, ey! Schluck einfach diesen Ball runter! Okay, die Binne hat gelandet, ey. Auch. Ja, ich bin drin. Oh, ich hab viel zu viel genommen. Check das hier nie. Boop! Nein, das ist viel zu viel! Der Ball leuchtet so geil, Alter. Oh, ich bin so ein Noob in diesem, in diesem Level. Oh, 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 die Tiger Woods hat mir zugeschlagen, oh mein Gott! Hab mich grad Tiger Woods genommen. Wie kann ich hier mein Licht nicht ausmachen? Dein Licht ausmachen? Ja. Ich glaub, das geht gar nicht. Doch, das ging irgendwie. Ich dachte auf F, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich glaub, das war ein anderes Spiel. Nee, das war hier. Ehrlich? Ey, du Kack-Banane, ey! Ohne Spaß! Okay. Boah, ich hasse dieses Fähnchen. Na 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 na. Das, die E-Map kenn ich nicht mehr. Boah, ich muss niesen. Ich seh' ja einfach nix. Boah! Boah! Kacke. Nein, ich muss weder nix langen. Ja! ja so eingeloggt okay warte jetzt kommt der 360 no scope dann leuchtet einfach so krass der leuchtet viel krasser als meiner ich habe auch die leuchtefekte auf krass gestellt guck mal zu zusammen ergeben mir türkis oh warte jetzt kommt das level ich sag dir der geht jetzt so rein ich liebe diesen shot kann er nicht du musst auf die ecke des rechten links hier ich bin ich weiß wie ich darauf gekommen bin aber es klappt immer bei mir heftig der shot ist halt übelst schwarze es hat ein trickshot das ist ein 360 super duper no scope so wenig oh 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 was du sag ey holy shit report this game alter was echt so da wo simba 9 nicht der shit die gg bestposition gut nein ich nutze die position ich auch Ja, 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 der geht, der geht, der geht Trickshot, Trickshot Oh, der war zu doll, lol Okay Okay Das ist mein Level Boah, ich bin einfach schon fast am Ziel So lächerlich, ey Zwei Schläge, fast vor der Fahne Oh, was? Warum denn hier? Oh mein Gott Holy shit, das war so knapp Nein, ich bin wieder abgesprungen Ist abgesprungen Verrammelt Bam, da hab ich ihn reingerammelt Okay, das war's Warum tust du sowas mit nem Golfball? Ja Muss nicht Oh, das war's Oh, du hast gewonnen, ne? Ja, komm, nächste Map gewinnst du, safe call Ja, du hast gewonnen, ne?